Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zu Kingdom Hearts Mein Name ist TheLife for Sallias, TheLife Es geht nicht direkt weiter, wo wir aufgehört haben Wir hatten ja, ich glaube, bei... Nee Nee, bei Agrabah hatten wir aufgehört Wir machen jetzt... Ich kann den nächsten weiter Ich will nur kurz gucken eben Äh... Jetzt bin ich verwirrt Okay, mich... entschuldigt... entschuldigt mich... da bin ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt gewesen, weil ähm... Das jetzt eben geleuchtet hat gerade Ich jetzt eben... dachte, dass ähm... Das jetzt hier quasi... Irgendwas hier noch lauern würde, aber... Diesbezüglich... Ist das nicht der Fall Ist das nicht der Fall Aus diesem Grund sollte ich ja auch jetzt schnell wieder rausgehen Aber wie gesagt, ich war mir jetzt unsicher gerade Deswegen... ja... aber egal... wir lassen es jetzt dabei... machen uns auf den Weg zum nächsten Level... Ich hab besser gesagt... zur nächsten Welt jetzt... Ich hab besser gesagt... zur nächsten Welt jetzt... In dem Falle Atlantiker ist... Was... Los hast du doch... Sorry... Obwohl das gar nicht stimmt. Äh. Ich stehe da ein bisschen. Au. Oh, geht drauf. Danke. Truhe. Das hab ich doch eben gesehen. Ah, hier. Was haben wir hier? Abilitamin. Sweet. Äh, raufflitzen. Sozusagen. Okay. Zu wissen. Äh, ich weiß schon genau, wem ich Abilitamin geben werde. Und zwar wird das in diesem Falle... Sweet sein. Kraftbolzen werde ich dieses Mal... Donald geben. Engel werde ich Goofy geben. Verteidigung auch ein bisschen stärker hat. Also... ...esbezüglich. So. Weiter geht's. Wir sind ja schließlich noch nicht fertig hier. Ach. Oogieboogies. Äh. Bösartiges Roulette. Oder Roulette des Todes. Ich weiß gar nicht, wie ich das benannt hatte in einem Part. Ich weiß gar nicht. Oh, ne? Oh, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das war. Jeuuss! schön auf die musik ist ja aber kein gegner hallo ich glaube gegner technisch waren das jetzt alle da guck ich mal ganz kurz eben nach so wie donald oder die vielleicht gebrauchen können ich schätze mal ich sowieso nicht oder okay damit hätten wir das auch abgehakt noch mal sehen das nimmerland hier kann ich nur allerdings nicht fliegen ich nehme hiermit zurück dass ich gerade gesagt habe hier doch schon gerade sagen ich ... ... ... ... ... Nein. Nein. Alles klar. Dass ich hier noch hingegangen bin. Interessant, dass die Tür jetzt gerade aufgegangen ist. Interessant. Hier dürfte nichts weiter sein, also zumindest keine Gegner hier, wie es aussieht. Okay, hier bin ich dann auch damit durch. Nein. Da ist der Grüne. Ah, und da ist der Blaue. Ich habe kein gutes Gefühl gerade bei der Sache. Ach. Meine Elixier ist ein Speicherpunkt. Das soll doch irgendwas bedeuten. Speichere ich einmal ab. Ich bin gespannt, dass sie jetzt auf mich lowert. Oh, das ist ganz gut. Oh, nein. Meine Angriffskraft wurde gerade erhöht. SWEET Hier Final Elixier Ich möchte noch einmal kurz Zurück und noch ein letztes Mal Weiß ich kann's nicht Fuck Äh Bin ich hier jetzt ge- Okay Das Herz der wahren Welt Vereinen sollt ihr alle Herzen Ein Herz, alle Herzen Alle Herzen, ein Herz Kingdom Hearts Das Königreich der Herzen Das Herz aller Herzen Die Geburtsstätte des Dunkeln Die Dunkelheit ruft euch Ihr Kinder der Schatten Ersticken soll das Licht an euch Doch nur für reine Herzen öffnen Sich die Pforten des Königreichs Sieben solcher vom Dunklen über unberührte Herzen Sieben Schlüsselnöcher Zwei Schlüssel öffnen jene Pforten in die Dunkelheit Pforten, die dem Licht Einheit gebieten Dem lichten Herz Bleiben sie auf ewig verschlossen Dem dunklen Herz Sei die Heimkehr erlaubt Oh ihr Kinder der Dunkelheit Bis die Zeit gekommen ist Seid gierig auf jedes Herz Das ihr findet Wie die sauer einfach meine Combo-Beck-Amonate Ähm Ah, okay Nein, 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 nein Da wollte ich nochmal kurz rein Bevor ich gleich weitermache Ich will nur kurz noch ein allerletztes Mal abspeichern Nur für den Fall Der Fälle So Okay What the fuck Uh oh What the fuck Sagt mir jetzt nicht, dass es einer der optionalen Bosse ist, sonst hab ich ein Problem. Das ist ein Problem, dass es ein Problem ist, dass es ein Problem ist. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ich kann mich nicht mehr übernehmen, aber ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Alter! Fuck!